Okay, rein mit dem Bolzen bewaffnet. Die Bolzen sind wirklich das einzig... Warte, wo sind wir hier? Waren wir hier schon vorher? Oh mein Gott, warte. Was? Ich hab... Wo ist die Ratte hin? Hey, was? Was? Was ist jetzt los? Hä? Er hat gerade dreimal geschossen immer, wenn ich rechtsklick gedrückt habe. Cool, Munition gewastet. Geil, Lian, wirklich, du bist mein Held, man. Du bist mein Held, wirklich, wow. Ich hasse dich so sehr, Lian, auch einfach. Ich hasse jeden Charakter in diesem Spiel gefühlt. Bin ich bodenlos, einfach bodenlos. Ne, Spaß, Lian ist cool, ich liebe Lian. Ach so, da... Ah, jetzt sind wir hier. Okay, 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 okay. Könnten weitergehen, aber wir gehen natürlich jetzt erstmal hier lang. Oh, warte, hier ist noch eine Notiz. Händler-Tipp, das nächste Level. Gute Neuigkeiten, Partner. Hab richtig gutes Werkzeug an langgezogen. Damit kann ich deinen Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Gegen die entsprechende Bezahlung, versteht sich. Sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist. Okay, Mann, okay, 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 okay. Jetzt ist es erstmal Zeit. Jetzt ist es Zeit. Warte, ach... Ich habe 18? Warte, doch was habe ich... Ich muss ganz kurz gucken, das mit den Ratten habe ich doch nicht fertig, oder? Woher kommen die 18? Nee, habe ich nicht. Da habe ich nur 5 davon bekommen. Immer reise, willkommen. Okay. Bin ja eigentlich ein bisschen verwirrt. Warte mal, was könnten wir eigentlich sonst noch so kaufen? Magneum-Koffer-Erweiterung. Koffer-Erweiterung würde ich schon gerne annehmen. Silvus-Bray, auch gut. Okay, wir holen uns dann die Red 9. Blacktail bin ich kein Fan von. Die Riot Gun. Ja, wäre, glaube ich, besser als die, die wir jetzt hätten, aber... Boah, ich hätte halt wirklich gerne einfach alles. Okay, aber... Jetzt gucken wir mal. Was haben wir alles mit dabei? Wir haben ein Schachbrett... Warte. Warte. Ich dachte, das wäre ein Schatz. Was ich gehört habe, ist jetzt auch, dass wenn die Schlüssel abgeakt sind, dann braucht man sie nicht mehr. Die können wir also wirklich verkaufen. Äh, aber... Seltsam Maguader. Ein würfelförmiger Gegenstand, der Kanten mit Messing verziert sind. Jede Seite ist mit verschiedenen Einkerbungen verseht. Aber warum ist das ein Wicht... Ich dachte, ich war mir so sicher, dass das ein Schatz ist. Elegantes Schachbrett. Und da haben wir den maximalen Wert normalerweise rausgeholt. Okay, wir verkaufen jetzt den alten Wegschreinschlüssel, den Verschließschlüssel, Schachbrett und Halskette. Und so weh es auch tut, verkaufe ich auch meine Sentinel-9. Ich werde sie vermissen. Ich muss ehrlich sagen, ich werde sie vermissen. Ah! Danke. Okay, kann ich sonst noch irgendwas verkaufen? Ja, die weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich die halt irgendwann mal wieder. Will ich nichts sagen. Okay, als erstes will ich ganz kurz bitte mal mein Messer wieder reparieren. Meine Rüstung wieder reparieren. Und dann kaufe ich mir die Red 9. Ah, die Wahl eines Fachmanns. Das ist eine nette Pistole, Fremder. Schluss. Danke, Mann. Ich weiß, ich bin King. Ähm. Was bist du jetzt eigentlich? Ein Pokal, der jenen gewibnet ist, die für ihre vergangenen Sünden Qualen leiden. Auf dem mittleren Teil befinden sich drei rechte... Ah. Okay, okay, okay. Wir brauchen also drei Edelsteine. Wenn wir die drei haben, dann können wir das kaufen von mir aus. Dann machen wir das irgendwann mal. Eine Pistole bleibe ich bei der Red 9. Vor allem, weil die Red 9 auch die einzige ist, die jetzt eine Verbesserung hier hat noch. Dann hole ich mir das jetzt auch. Oh. Okay, warte mal. Dann jetzt erstmal kombinieren. Zubehör und natürlich der Red 9, ja. Okay. Willkommen. Ist das, ist das, ist das, ist das? Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich hoffe, die Red 9 ist wirklich auch eine Waffe, mit der ich umgehen kann. Ganz ehrlich, ich habe echt Angst ein bisschen. Kaufverweiterung. Erste Hilfe Spray. Und Tune. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Bist du beeindruckt? Okay, soll ich noch weiter reingehen damit? Ich glaube, das passt erstmal. Oh, ich hätte so gern alles. Ich hasse es. Will ich sonst noch irgendwas upgraden? Bei dir bin ich am überlegen, ob... Oh mein Gott, stimmt. Ich kann hier meinen Bolzenwerfer dann auch noch upgraden, oder? Ja, Nachladegeschwindigkeit. Ich würde aber gern die Angriffskraft weiter... Ich glaube, ich lasse es vorerst mal. Okay, und was haben wir sonst noch? Stimmt, wir haben die TMP-Stütze jetzt. Das ist ja die TMP, die wir haben. Ich hoffe, ich muss noch mal ganz kurz nachgucken, damit ich mich nicht vertue. Ja, dann werde ich tauschen. Ich hol... Inventar ist voll. Tausch abbrechen, ja. Junge, ich hab gerade das Platz gekauft. Das ist so... Oder... Muss doch nicht sein, Mann. Muss doch nicht sein. Fuck. Machen wir so, oder? Bolzen, Bolzen. Bin ich eigentlich bedient, oder? Wie ist es jetzt aus mit Bolzen? Weißt du was? Ich verkaufe ihm einen Bolzen. Der Bolzen nimmt eigentlich nur Platz ein. Dann haben wir jetzt mehr Platz. Oh, okay. Ich muss ehrlich sagen, das Inventar ist mit das größte Problem, was ich hab. Tauschen. Jetzt funktioniert's, okay. Dann, Zubehör zu der TMP. Und kurz mal gucken, wie's... Boah, ja. Ja, okay. Ja, okay. Ich glaub, die TMP werde ich auf jeden Fall jetzt lieber haben wieder. TMP... Oh mein Gott, ich kann hier sogar mehr reinmachen. Warte mal. Nutzt du Magnum-Schüsse? Sag nicht, du nutzt Magnum-Schüsse. Oder hab ich nur so wenig Pistolen? Ne, ich hab nur so wenig... Ich hab wirklich nur so wenig Pistolen, Moni? Ich hab nur so wenig Pistolen, Moni? Das ist ja gar nix. Das ist ja gar nix. Warte, was ist mit dir eigentlich? Kann auf SG9, Punisher und Sentinel 9... Also auf die, der, die wir jetzt haben, kann das nicht montiert werden. Also kann ich das Laser-Visier eigentlich auch verkaufen? Laser-Visier... Da, Laser-Visier. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaub, wir sind jetzt erstmal gut bedient. Zwölf Schuss nur. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Boah, ich hab echt Schiss, muss ich sagen. Hab richtig, richtig Schiss, dass das die falsche Entscheidung war auch. Weil ich war schon... Oh, was ist das jetzt überhaupt? Liren, auch so cool, wirst du gleich sehen. Es lädt? Warum lädt es? Wo sind wir? Wo sind wir? Oh. Was? Okay. Das ist mal interessant, würde ich behaupten. Da drüben ist irgendwo ein Schätzchen. Elegante Krone, wo man auch was einsetzen kann. Viel. Einsetzen kann. Okay. Also langsam wird das mit dem Einsetzen ein bisschen, ein bisschen hart. Mach auf. Dann können wir hier mal her. Ähm, hier sind wir ja schon gewesen. Können wir jetzt irgendwo... Oh, warte, hier ist noch... Ah, hab ich vergessen zu verbrechen oder was? Hm. Da drüben sind noch Schätze. Aber kommen wir da jetzt hin oder nicht? Das ist die Frage. Junge, da waren wir doch schon. Warum ist jetzt auf einmal wieder so viel Stress hier? Oh. Okay, aber ich kann anscheinend immer die Tür einfach zumachen und wieder aufmachen. Das ist wenigstens fun. Nein. Das machen wir nicht, Homie. Nicht heute. Nee, ganz ehrlich, das ist mir zu dumm ein bisschen. Also, das ist mir leider ein bisschen zu blöd, Mann. Könntest du das bitte unterlassen, Mann? Ich mag das echt nicht so gerne, Mann. Kannst du bitte erst aufhören? Warte, er kann sich auch verwandeln. Ich dachte, er kann sich nicht verwandeln. Ich dachte, er ist der, dass ich... Warte, wo ist Ashley schon wieder? Ich hasse Ashley. Ich hasse Ashley. Ich verliere gerade durch Ashley. Ich verliere gerade durch Ashley. Ashley ist der größte Dreckscharakter in diesem Drecksspiel. Der größte Dreckspartner in der Reihe. Ich verliere gerade durch Ashley. Der größte Drecksschiff ist der größte Drecksstatt.